Und tatsächlich verzeichnet die evangelische Kirche mit 380.000 Austritten im letzten Jahr so viele wie nie zuvor. Die EKD-Synode, ich kann es nicht unterscheiden, wirklich nicht, von einem grünen Parteitag. Wir, die das Gute wollen, wir sind mehr. Die Guten. Trademark. Ich werde euch heute nicht anlügen. Und ich werde euch heute nicht anlügen. Das ist gelogen. Jetzt ist die Zeit zu sagen, wir sind alle die letzte Generation. Black lives always matter. Gott ist queer. We leave no one to die. Wir schicken ein Schiff und noch viel mehr. Safer spaces for all. Öffnet auch eure Grenzen. Anders als beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wo ich auch 80% grünen Funk bekomme, da würde ich gerne austreten, kann ich nicht. Bei der Kirche kann man austreten. Gott ist parteiisch. Bleib doch hier. Gott ist queer.